Genau das ist das Magische, diese faszinierenden Momente hier bei der Paris-Tee-Gala, die entstehen meistens, weil hier auf der Bühne Künstler zusammentreffen, die man ansonsten nie so zusammen erwarten würde. Und genau so machen wir jetzt auch weiter. Wir kennen ihn alle aus der Serie Marienhof. Seit 2014 widmet er sich dem zeitgenössischen Tanz, gleich wird er ein Gedicht von Rainer Maria Rilke vorführen. Unterstützt wird er dabei, wir machen ja gerne Gruppenarbeit hier, vom unvergleichlichen Martin Butzko, der wunderbaren Jade Pearl Baker und einem klassischen Streichquartett, hier ist ja was los auf der Bühne gleich, die neulich den Sonderpreis Jeunesse Musikal gewonnen haben. Das Streichquartett aus der Orchesterakademie an der Staatskapelle Berlin, Gio Koso. Und außerdem begrüßen Sie bitte mit uns Erwin Aljukic in Pieta. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So sehe ich Jesus, deine Füße wieder, die damals eines Jünglings Füße waren, da ich sie bang, entkleidete und wusch. Sie standen sie verwirrt in meinen Haaren und wie ein weißes Wild im Dornenbusch. So sehe ich deine nie geliebten Glieder zum ersten Mal in dieser Liebesnacht. Wir legten uns noch nie zusammen wieder und nun wird nur bewundert und gewacht. Doch sieh, deine Hände sind zerrissen Geliebter. Nicht von mir, nicht von meinem Wissen. Dein Herz steht offen und man kann hinein. Das hätte dürfen nur mein Eingang sein. Nun bist du müde und dein müder Mund hat keine Lust zu meinem Wehenmunde. Jesus Wann war unsere Stunde? Wie gehen wir beide wunderlich zugrunde? Wann ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020